Meine Damen und Herren, wir haben heute im Präsidium und im Bundesvorstand der CDU intensiv über die Wahlergebnisse von gestern und über das weitere Vorgehen gesprochen. Es steht völlig außer Frage, dieses Ergebnis kann, darf und wird die Union nicht zufriedenstellen. Wir haben zwar im Schlussspurt eine Aufholjagd geschafft und Rot-Rot-Grün verhindert, aber zugleich gibt es schmerzliche Verluste. Es hat nicht gereicht für Platz 1. Das war unser Anspruch, das war unsere Ambition. Und mein Glückwunsch geht an die mitbewerbenden Parteien, die zugelegt haben bei dieser Wahl. Ein Ergebnis unter 30 Prozent ist nicht der Anspruch der Union als Volkspartei. Besonders drastisch sind die Verluste in Ostdeutschland ausgefallen. Die Gründe für dieses Wahlergebnis sind vielschichtig. Auch das ist heute in den Wortmeldungen der vielen, vielen Kolleginnen und Kollegen des Bundesvorstands deutlich geworden. Und natürlich weiß ich auch, dass ich meinen persönlichen Anteil an diesem Wahlergebnis habe. Wir haben besprochen, dass wir das alles intensiv aufarbeiten. Das werden wir tun in einem strukturierten Prozess mit den Landesverbänden, mit den Kreisverbänden und mit anderen an der Basis. Der Generalsekretär wird dazu gleich noch etwas sagen. Und das werden wir tun, ganz gleich, ob wir am Ende dieses Prozesses in Regierungsverantwortung sind oder in der Opposition. Auch in Regierungsverantwortung muss eine Erneuerung der Union stattfinden auf allen Ebenen. Und das ist das, was wir dann gemeinsam besprechen werden. Das ist die Verantwortung, die wir gegenüber unserer Partei haben. Aber es gibt auch eine Verantwortung für unsere Wählerinnen und Wähler, eine Verantwortung für unser Land. Die Wählerinnen und Wähler, die CDU und CSU gewählt haben, wollen, dass wir auch Verantwortung übernehmen und regieren. Und wir sind der Überzeugung, dass eine Regierung unter Führung der Union das Beste ist für unser Land. Und auch diesen Wählern fühlen wir uns verpflichtet. Und deshalb haben wir gestern unsere Bereitschaft dazu erklärt. Das Ergebnis der Bundestagswahl stellt nämlich nicht nur die Union, sondern auch Deutschland vor große Herausforderungen. Bei fast jeder Bundestagswahl war am Ende klar, eine Partei hat einen klaren Regierungsauftrag, hat eine Mehrheit, die muss jetzt regieren. Und die andere hat die Oppositionsrolle zugewiesen bekommen. Für uns können wir sagen, keine Partei kann aus diesem klaren Ergebnis für sich einen Regierungsauftrag ableiten. Auch wir nicht. Auch das habe ich gestern deutlich gemacht. Auch die SPD nicht. Es ist ein Moment, wo gerade die beiden großen Volksparteien, die den Anspruch eilig haben müssten, um die 30 Prozent zu liegen, mit Demut vor den Wähler treten müssen und sagen müssen, nein, diese großen Volksparteien, die über 30 Prozent bei früheren Wahlen immer gehabt haben, haben diesmal dieses Ziel nicht erreicht. Die einen bei 24 und die anderen bei 25. Und deshalb ist jetzt der Wahlkampf vorbei. Keiner sollte so auftreten, als wenn er alleine entscheiden könnte, wie er eine Regierung bildet. Und deshalb sind Gespräche mit möglichen Partnern jetzt erforderlich. Wir müssen uns da auf Augenhöhe begegnen. Wir müssen auch Gegensätze überwinden zwischen unterschiedlichen politischen Strömungen. Eine nächste Bundesregierung wird hier aller Voraussicht nach drei große Parteifamilien miteinander verbinden müssen. Und das hat es in dieser Form nach einer Bundestagswahl in Deutschland bisher auch nicht gegeben. Klar ist, Kanzler wird in Deutschland der, der eine Mehrheit im Deutschen Bundestag hinter sich bringt. So ist unsere Verfassung, so ist unsere Staatspraxis seit Gründung unseres Landes. Und Kanzler kann auch nur der werden, dem es gelingt, Gegensätze zu verbinden und ein gutes gemeinsames Projekt für die nächsten vier Jahre zu entwickeln. Der Bundesvorstand, das Präsidium, der CDU ist sich darin einig, dass wir zu Gesprächen für eine sogenannte Jamaika-Koalition bereitstehen. Und meine Praxis als Regierungschef jetzt war es immer, dass sich jeder Partner auch wiederfinden muss in einer solchen Koalition. Dass jeder auch sein Profil entwickeln muss, dass nicht alles nur auf die Person des Regierungschefs zugeschnitten sein darf, sondern dass jeder Partner mit seinen Themen auch vorkommen muss. Eine Koalition ist keine Zwangsehe und ist auch keine Arithmetik, wo man einfach addiert, wie viel passt denn zusammen und am Ende sind das über 50 Prozent, sondern eine Koalition muss ein politisches Projekt sein, wo auch, das ist ein Gegensatz zur großen Koalition jetzt, alle den Willen haben und auch die Lust haben, etwas Positives für das Land zu gestalten und nicht ständig den Eindruck vermitteln, dass man eigentlich gar nicht regieren will und dass das eigentlich alles freudlos ist. Und deshalb glaube ich, dass wir zu einer gesellschaftlichen Breite in einem Jamaika-Bündnis beitragen könnten. Dafür sind zwei Schlüsselbegriffe prägend. Das eine ist Zukunftskoalition und das andere ist Nachhaltigkeit. Deutschland muss modernisiert werden. Deutschland braucht eine Koalition für mehr Nachhaltigkeit und das in jeder Hinsicht. Nachhaltigkeit heißt Klimaschutz. Nachhaltigkeit heißt aber auch nachhaltige Finanzpolitik. Keine Finanzpolitik zu Lasten künftiger Generationen. Auch das muss eine künftige Koalition prägen. Wir brauchen mehr Tempo bei Digitalisierung, bei Planungen. Wir wissen alle, dass das alles viel zu langsam geht und eine neue Koalition muss sich dieses Ziel setzen. Und wir brauchen auch das wichtige Anliegen, dass wir zu wirtschaftlichem Wachstum wieder zurückkommen. Das ist ein besonderes Anliegen der FDP, das wir teilen. Bei den Grünen teilen wir das Engagement für den Klimaschutz und die Umwandlung unseres Industrielands zu einem klimaneutralen Industrieland. Zum weiteren Vorgehen. Wir sind im Gespräch. Wir werden die Gespräche sicher auch noch formalisiert in den nächsten Tagen fortsetzen. Aber hier ist mir wichtig, das darf nicht das Klein-Klein sein, das wir aus früheren Sondierungen kennen. Vier Wochen lang sondieren, mit Verhandlungen über jeden kleinen Kommastrich, mit vielen eckigen Klammern, was alles nicht gelöst ist und am Ende dann eine gescheiterte Sondierung, kann nicht das Verfahren dieses Mal sein. Wir brauchen Gespräche, aus denen deutlich werden muss, trauen sich die jeweiligen Partner das zu, das gemeinsam zu machen, ja oder nein. Das ist ganz wesentlich eine Frage des Vertrauens. Man wird die Inhalte abgleichen und dann vielleicht sehr bald auch Klarheit haben, mit wem man Koalitionsverhandlungen aufnimmt. Das war das, was ich in Nordrhein-Westfalen gemacht habe. Was meine Erfahrung ist, auch in einer Regierung, viele Themen, die man im Koalitionsvertrag verabredet, spielen in den vier Jahren häufig keine Rolle. Ich habe ja gestern einmal das Beispiel genannt, Pandemie war keine Frage, die im Koalitionsvertrag eine Rolle spielte. Sie hat zwei Jahre fast der Politik dominiert. Davor war es die Flüchtlingskrise, davor war es die Weltfinanzkrise. Alles Dinge, die nicht im Koalitionsvertrag standen, aber die trotzdem im Moment, als es darauf ankam, klar gemacht haben, die Akteure, die da regieren, haben so viel Vertrauen zueinander, dass sie diese Krise zusammen bewältigen. Und das ist die Voraussetzung, um eine gute Koalition zu machen. Und das werden solche Sondierungen ergeben müssen, unabhängig natürlich von den großen Themen wie Wirtschaftswachstum, wie sozialer Zusammenhalt, wie Klimakrise. Dazu wird man ein paar Rahmenbedingungen natürlich abstimmen müssen. Aber entscheidend ist, trauen sich die Akteure das gegenseitig zu, jetzt ein neues Projekt für das Land zu beginnen. Zu dem, was wir in der Partei weitermachen, spricht es gleich der Generalsekretär. Mein Dank gilt nochmal allen Wählerinnen und Wählern, auch den Kandidatinnen und Kandidaten. Wir haben manche Wahlkreise verloren, von engagierten Kolleginnen und Kollegen, die gekämpft haben, aber die am Ende nicht gewinnen konnten. Die Enttäuschung dort können wir alle verstehen. Und wir werden jetzt gemeinsam sehen, wie wir auch individuell bei denen sind, die ihr Mandat verloren haben. Mein Dank gilt auch allen Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfern in Mecklenburg-Vorpommern und in Berlin, wo ja ebenfalls gestern gewählt worden ist. Danke auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier im Hause, die in den letzten Wochen wirklich Großes geleistet haben. Wir haben deutlich gemacht, dass wir als Team antreten. Dieser Teamgedanke ist mir auch in der weiteren Entwicklung der Union sehr wichtig. Und heute haben auch nochmal die Strömungen der Partei sich artikuliert, die sagen, wir wollen vorkommen. Der christlich-soziale Flügel stark durch Karl-Josef Laumann. Der Wirtschaftsflügel, der seine Punkte gesetzt hat. Und der liberale und konservative Flügel hatte ebenfalls Sprecher heute. Man konnte daran erkennen, die Volkspartei wird jetzt definieren, wie sie sich in Zukunft aufstellt. Die Erneuerung kann stattfinden. Sie kann auch in einer Regierung stattfinden. Sie muss sogar, auch wenn wir regieren, dringend umgesetzt werden. Die Erneuerung kann stattfinden.